Leute, wenn das wirklich stimmt, Alter, ich kacke am Ast auf. Wir haben hier einen kleinen Spezialisten am Start, der Häuser verkauft. Und wenn das wirklich stimmt, dann werden wir heute ganz, ganz, ganz mies verarscht. Er hat hier einige Angebote. Ein Anwesen Burg Lichtenstein für 600.000, ein Anwesen Villa Janko für 900.000 und ein Anwesen Penthouse Atelier für 700.000. Also das hört sich alles sehr, sehr nett an, muss man ja sagen. Wenn man sich das hier so anguckt, alleine die schöne filigrane Arbeit in den Fassaden sind schon alleine ein Besuch wert. Mit der komplexen eingerichteten Innenräume ist es ein maximales Erlebnis. Aber was wäre denn eine Burg ohne seine hohen Türme? Oder hier die Villa Janko. Die Villa Janko ist mit einem Blick auf das Wasser eine der gutesten Anwesen in Europa. sowohl die Wände... Warte, stopp mal ganz kurz. Gutesten? Gutesten! Leute, gutesten! Das habe ich wirklich lange nicht mehr gehört. Respekt an der Stelle, mein Lieber. Schreiben kann ja wirklich jeder. Ich kann auch alles schreiben. Aber was es dann am Ende des Tages ist, tja. Ich habe ihm einfach mal Moin Moin geschrieben. Er scheint gerade AFK zu sein. Ne, ne. Wunderschön! Bist du wegen den Willen hier? Ja. Villa Janko will, ähm, will ich? Will ich. Zeig mal her das Ding. Sicher? Bin eh voll geflasht, dass der Honor höchstpersönlich vorbeischaut? Ja, ich dachte mir heute... Nehme ich einfach mal meinen Hauptaccount, Leute. Ich will kaufen. Du hast das Geld auch. Ne, 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 ne. Ich bin eine arme Sau hier, müsst ihr wissen. Doch einmal nur die Villa sehen. Das war doch klar. Leute, wundervoll. Aber zuerst zahlen, dann sehen. Also, wir halten nochmal ganz kurz fest. Passt auf. Wir erwerben jetzt das wunderschöne Anwesen Villa Janko für stolze 900.000 Euro. Das ist echt ein Haufen Kies hier auf dem Server. Das kann ich euch sagen. Die Villa Janko ist mit einem Blick auf das Wasser eine der gutesten Anwesenden in Europa. Sowohl die Wände als auch die Einrichtung. Es ist nur vom feinsten Material. Die zwei Pools sind so konzipiert, dass man einen wunderschönen Ausblick aufs Wasser hat. Okay. Eintüten mitnehmen, würde ich sagen. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Werden wir garantiert nicht. 900.000 und zack auf seinem Konto. So, Leute. Ich hoffe, dass wir wenigstens was halbwegs Gutes bekommen. Bitte. Bitte was halbwegs Gutes. Bitte. 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 Wunderbar. Bist du ready, dein neues Anwesen zu sehen? Ja. Nee, weißt du? Ich habe hier nur 900.000 bezahlt, damit ich hier, äh... Damit ich hier weiter warte. Ähm... Nee, das Ding ist, Leute, Ausblick aufs Wasser. Aber das ist doch das... Leute. Nein. Nein, 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 nein. Das hier ist der Pool? Das! Der... Wo ist das eine Villa? Ausblick aufs Wasser mit Pool. Das ist doch keine Villa. Leute. Leute. Hilfe. Hilfe. Wie viele... Häuser hast du verkauft? Was? 14? Der hat nicht ernsthaft 14 Häuser davon verkauft. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Ihr könnt doch keine... Ihr könnt doch keine... Ihr könnt doch keine 900.000 Euro für ein Haus ausgeben, ohne dass ihr es gesehen habt. Ich habe das jetzt gemacht. Weil, ja, ich habe ein bisschen Geld, aber... 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 Okay. Okay. Glauben an die Menschheit ist wieder hergestellt. Leute. Spaß. Bist der Erste. Okay. Leute. Kauft auf keinen Fall bei Ihnen Häuser. Lasst es einfach sein. Ihr entscheidet jetzt, Leute. Bann. Grundstück griefen. Was soll ich machen? Ab in die Kommentare. Für alle Dura-Spieler habe ich eine nice News. Und zwar haben wir jetzt das 2022er Case Update am Start. Das heißt, es gibt neue Items in allen Kisten. Ganz einfach, wenn ihr auf dem Server seid. Slash Shop. Klickt hier drauf und ihr kommt zum Shop. Oder in der Videobeschreibung könnt ihr vorbeischauen. Wenn ihr jetzt hier neu seid, Leute. Und ihr noch nicht wisst, auf welchem Server ich hier spiele. Ganz einfach durch. Rasten.de. Speichert euch den Server ein. Dann sieht das Ganze so bei euch aus. Ihr kommt auf den Server. Entscheidet euch für ein City Build. Und macht dann Slash Warp Tutorial. Und da werden euch alle Befehle erklärt. Das war es dann für mich. Für heute. Wie gesagt. Denkt dran, Leute. Mir zu schreiben, was ich mit dem Typen machen soll. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.